Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Soller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Donnerstag, den 7. Juli. Gut, wir beginnen zunächst mit dem Wochenschart im DAX. Wir sind hier am unteren Fibonacci-Faker im Wochenschart mit dem Verlaufstief bei 12.390 Punkten in der laufenden Woche wieder nach oben abgeprallt. Wir sind am Vortag bei 12.594 Punkten aus dem Handel gegangen und notieren vorwürstlich deutlich höher am heutigen frühen Donnerstagmorgen im Bereich von 12.700 Punkten. Insofern dürften wir erneut mit einem Gap-Up eröffnen und die Volatilität, die hohe Volatilität, bleibt uns zunächst weiter erhalten im DAX. Möglicherweise können wir dann im Wochenschart hier langfristig erneut den Bereich hier um den 200er EMA anlaufen bei aktuell 13.544 Punkten, wo dann eine Erholung nach dem langen Abwärtstrend hier der Vorwochen zunächst wieder auslaufen könnte. Gut, wir kommen dann zum Tagesschart. Wir sind am Vortag mit einer sehr kleinen Tageskerze aus dem Handel gegangen. Zuvor waren wir hier an der unteren Trendkanalbegrenzung mit dem Verlaufstief bei 12.390 Punkten wieder nach oben abgeprallt. Die Aufwärtsdynamik hatte sich am Vortag fortgesetzt und auch am heutigen Donnerstag könnte es dann weiter aufwärts gehen. Wie gesagt, vorwürstlich notieren wir bereits im Bereich von 12.700 Punkten ungefähr und wir könnten nun eventuell weiter Kurs nehmen hier auf den 10er EMA, wo Aufwärtskorrekturen im übergeordneten Abwärtstrend seit 14.709 Punkten immer wieder ausgelaufen waren. Auf der Oberseite befinden sich noch zwei offene Gaps bei 12.946 Punkten und 13.221 Punkten, die dann möglicherweise bei einer längeren Erholung, die dann auch hier zur oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals laufen könnte, wieder geschlossen werden könnten. Gut, wir machen dann weiter mit den Markierungslinien vom Vortag. Da befand sich der Long-Bereich zwischen 12.450 und 12.500 Punkten. Der wurde am Vortag knapp verfehlt. Wir lagen im Tagesschart bei 12.509 Punkten. Danach ging es wieder aufwärts. Der Short-Bereich lag hier etwas über dem 10er EMA zwischen 12.900 und 12.950 Punkten und wurde nicht erreicht. Wir kommen dann zu den Markierungslinien für den heutigen Donnerstag. Da befindet sich der Long-Bereich zwischen 12.450 und 12.500 Punkte unverändert und der Short-Bereich dann zwischen 12.850 und 12.900 Punkten hier etwas über dem 10er EMA. Gut, und damit wären wir dann wieder durch mit dem Ian G-Markets Morning Call für den heutigen Donnerstag. Ich melde mich dann wieder am morgigen Freitag mit dem Ian G-Markets Morning Call und wünsche Ihnen noch viel Erfolg im heutigen Training.